Herzlich willkommen zu Beyond Perception. Ich bin der Simon und mein heutiger Gast, Journalist und Autor Patrick Baab. Herzlich willkommen, Herr Baab. Hallo Simon. Sie waren bis vor kurzem noch Lehrbeauftragter für Journalismus, insbesondere investigative Berichterstattung, haben dann wegen Ihrer Recherchen im Donbass Ihre Lehraufträge an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und haben KW Berlin verloren. Sie sind dagegen, soweit ich weiß, gerichtlich vorgegangen, auch mit erstem Erfolg. Ich freue mich, dass das heute klappt mit dem Gespräch. Herzlich willkommen nochmal. Ja, sehr gerne. Ja, wir hatten ja gerade schon ganz kurz im Vorgespräch darüber gesprochen und was sofort rüberkommt, dass Sie mit Leib und Seele Journalist zu sein scheinen. Vielleicht, bevor wir auf konkret Ihre Arbeit oder auch was Journalismus ist, zu sprechen kommen, wie sind Sie denn überhaupt zu diesem Thema oder Arbeit gekommen? Nun, alles hat angefangen Ende der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts im Saarland und ich bin über bekannte Mitarbeiter geworden einer sogenannten Alternativzeitung. Sie hieß Provinzblatt-Homburg, eine kleine Kreisstadt. In der Spitze hatten wir eine Auflage von 800. Die Zeitschrift wurde verteilt in Blumenläden, in Buchhandlungen. Und wir haben es gemacht, weil wir sehr unzufrieden waren mit der Berichterstattung des Pfälzischen Merkur und der Saarbrücker Zeitung, also den lokalen, regionalen Monopolisten, die einem örtlichen Bauunternehmer alles durchgehen ließen, der die Innenstadt von Homburg zu einer Konsumzone umbauen wollte. Und unsere Aufgabe sahen wir darin, einfach eine Alternative in der Berichterstattung anzubieten. Das haben wir auch gemacht. Natürlich auf laienhaftem Niveau. Wir hatten keine Ausbildung, wir hatten eine Kugelkopf-Schreibmaschine, Computer gab es noch nicht. Also alles im Grunde genommen die journalistische Steinzeit aus der heutigen Perspektive. Aber wir haben versucht, mit unserer Kritik, mit unseren Recherchen, eine andere Sicht auf die Dinge anzubieten, als es die örtlichen Monopolisten angeboten haben. Denn wir hatten den Eindruck, hier wird Berichterstattung aus der Perspektive der wirtschaftlichen und politischen Mächtigen gemacht und nicht aus der Perspektive der Bevölkerung. Und diesem Ansatz bin ich seither treu geblieben. Und wenn meine nächste Frage jetzt gewesen ist, noch eine Art und Weise, haben Sie ja schon beantwortet, ist das, was ist denn die Rolle von möglichem Journalismus? Sie haben gesagt, wirtschaftlich mächtige Interessen zu beleuchten oder eine Alternativmeinung zu präsentieren. Wie würden Sie das zusammenfassen? Der Gründer des Spiegel, Rudolf Augstein, hat einmal gesagt, Journalismus ist immer mindestens zu 51 Prozent Opposition. Und so wollen wir es doch halten. Journalismus hat das Ziel, den Machteliten auf die Finger zu schauen. Und deswegen habe ich auch ein Buch geschrieben, das heißt Recherchieren, ein Werkzeugkasten zur Kritik der herrschenden Meinung. Denn wir wissen von Karl Marx, die Gedanken, die herrschenden Gedanken sind immer auch die Gedanken der herrschenden. Und ich denke, Journalismus hat die Aufgabe, sich einzusetzen für Demokratie, für Transparenz und damit eben die Machenschaften der Machteliten zu durchschauen. Und wenn er das nicht tut, wie der größte Teil des heutigen Journalismus, dann ist dieser Journalismus verkommen zur Propaganda. Er wird zum postfaktischen Journalismus, der ideologischen und Machtinteressen dient. Und jetzt haben Sie gesagt, Sie haben als Journalist angefangen, ohne eine Ausbildung darin gehabt zu haben. Mittlerweile, ich habe es gesagt, waren oder sind Sie oder unterrichten oder bilden Journalisten aus. Was sind denn die Voraussetzungen für echten Journalismus? Muss man bestimmte Charakterzüge mitbringen? Ist das ein Handwerk, das man lernt? Wie sehen Sie das? Es gibt in meinen Augen handwerkliche Voraussetzungen, charakterliche Voraussetzungen und ästhetische Voraussetzungen. Der letzte Punkt ist einmal, dass man gerne schreibt. Denn man wird mit Schreiben sein Geld verdienen müssen. Und wenn man nicht gerne schreibt, dann ist das eine ganz schlechte Voraussetzung für diesen Beruf. Zum Zweiten die handwerkliche Voraussetzung. Das ist, dass man sich der Recherche als Handwerk einmal nähert. Und das hat nichts mit Talent zu tun, sondern das kann man wirklich lernen wie einen Baukasten, wie man eben Autofahren lernt. Und man kann Filme machen auch lernen, wie man Autofahren lernt. Da wird man dann vielleicht nicht ein ganz großer Hollywood-reifer Filmemacher. Aber man versteht, wie man in der Berichterstattung filmisch etwas erklärt. Und die charakterliche Voraussetzung heißt eine grundlegende Skepsis gegenüber der Macht, gegenüber Autoritäten. Wissen Sie, ich habe gestern darüber nachgedacht. Ich habe mit einem Freund zusammen im vergangenen August in St. Petersburg die Wohnung der Dichterin Anna Akhmatova besucht. Das ist heute ein Museum. Und da gibt es ein Bild. Ein Bild zeigt den Blick aus ihrem Fenster in den dahinterliegenden Park. Und da sie eine Kritikerin des Stalinismus war, hat Stalin genau dort, wo sie es sehen konnte, eine Büste von sich selbst aufstellen lassen. Und zwar so, dass sie immer auf seinen Rücken schauen musste. Und ich denke, Journalisten sollten diesen subtilen Sadismus der Macht angreifen. Und sie sollten das wollen. Liebe Zuhörer, eine Ankündigung in eigener Sache. Alle englischen Gespräche werden jetzt nicht mehr hier, sondern neu auf meinem zweiten, ausschließlich englischen YouTube-Kanal Beyond Perception EN veröffentlicht. Jede Menge spannende Gespräche warten bereits auf euch. Am besten direkt reinschauen und abonnieren. Herzlichen Dank für eure großartige Unterstützung. Und jetzt viel Freude mit dem Gespräch. Ist dann die eigentliche Motivation die Wahrheitsfindung? Naja, die eigentliche Motivation ist natürlich, der Wahrheit näher zu kommen, aber dies in einem Gemeinsinn mit den Menschen unten zu machen und nicht mit den Menschen oben. Also ich denke, es macht Sinn, sich einmal die Lebensverhältnisse anzuschauen der Menschen, die schwer arbeiten. Auch der Arbeitslosen, der Alleinerziehenden, der Lkw-Fahrer, der Menschen in der Pflege und ihr Schicksal in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist doch die Wahrheit, die soziale Wahrheit, wie sie heute ankommt. Es ist doch nicht die Wahrheit des internationalen Jet-Sets. Der zeichnet nicht die Lebensverhältnisse nach. Sondern wir müssen schon auf die Lebensverhältnisse der Menschen sehen, die eben jeden Tag schwer arbeiten müssen. Und ich denke, so kommt man der Wahrheit nahe. Und das kann man mit Methode auch tun. Dazu gibt es eine Reihe handwerklicher Hebel. Dazu gibt es Werkzeuge, um eben der Wahrheit nahe zu kommen. Also niemand kann sagen, dass er den Löffel rausgehalten hat, dass der Herrgut den Verstand hat regnen lassen. Wir alle haben die Wahrheit nicht. Aber wir können versuchen, ihr nahe zu kommen. Dazu gibt es eine Reihe von handwerklichen Tricks. Und Sie haben es gerade gesagt. Sie waren in der Ukraine, haben dort recherchiert, ein Buch geschrieben und dann veröffentlicht. Hätten Sie, das wäre jetzt mein Vorschlag, hätten Sie, würden Sie uns da vielleicht mal, sofern das im Rahmen eines Gesprächs möglich ist, mal durchgehen, was der Rechercheprozess oder die Handwerksmittel sind, die Sie genutzt haben, um dann schlussendlich zu diesem Buch zu kommen, das Sie dann veröffentlicht haben? Also wie geht denn eine Recherche los? Also hat man eine Idee oder eine Frage, eine Forschungsfrage, der man auf den Grund geht? Oder wie ging das bei Ihnen zum Beispiel konkret los? Naja, zunächst mal gibt es einen Rechercheimpuls. Das ist die Idee, die Meldung, die Initialzündung, damit die Recherche beginnt. Und hier muss man wissen, dass ich seit 25 Jahren unter anderem auch für den Norddeutschen Rundfunk, für den Ostsee-Report kritisch aus Russland berichtet habe. Also ich habe über russische Neonazis Filme gemacht, ich habe über illegale Öltransporte Filme gemacht, ich habe Filme gemacht über den illegalen Hasshandel mit gefälschten EU-Pässen. Also solche Dinge, wo man auch in der Russen Föderation mit einem Bein im Knast stand. Und deswegen kenne ich natürlich viele Russen und kenne viele Ukrainer, das war ja früher Sowjetunion. Und weil ich diese Menschen kenne und ihre Berichte kenne, ist mir aufgefallen, das, was hier in Deutschland in der Zeitung steht, was im Westen, in den westlichen Zeitungen steht, was im Fernsehen zu sehen ist, im Radio kommt, das stimmt zum größten Teil nicht, hat weniger mit der Realität zu tun, sondern repräsentiert den Primat der Propaganda. Das war der Rechercheimpuls. Und ich dachte, so geht es nicht. Und dem wollte ich die Realitätsprobe vor Ort entgegensetzen. Das ist eben auch das, was ich allen angehenden Journalisten, Studenten empfehle. Glaubt nicht das, was in der Zeitung steht. Wenn ihr die Gelegenheit habt, fahrt raus und schaut es euch selbst an. Da werdet ihr mal merken, was alles nicht in der Zeitung steht. Und das ist eine ganz wichtige Erfahrung, dass die In-Augen-Scheinnahmen ein ganz wichtiger Schritt im Journalismus ist. Das heißt nicht, dass der Reporter alles weiß. Der Blick des Reporters reicht oft nur bis zum nächsten Wäldchen oder bis zum nächsten Häuserblock. Das muss man auch wissen. Dass die Vor-Ort-Recherche nicht alles ist. Und deswegen bestehen meine Recherchen aus einer Pendelbewegung zwischen guter Einarbeitung anhand der Fachliteratur, der Beobachtung vor Ort, anhand von Quellen, wie das geht, das sage ich gleich noch, und dann wieder die Überprüfung dieser Quellen im Austausch mit Historikern, mit Experten für das jeweilige Fachgebiet, das man sich daraus gesucht hat. So geht das immer hin und her. Und dann kann man herausfinden, ob die Quellen noch die Wahrheit gesagt haben oder ob einem da ein Bären aufgebunden wurde. Und der erste Schritt ist einmal, das Berichterstattungsgebiet und die Berichterstattungszeit genau zu definieren und abzuzirkeln. Also worüber will ich überhaupt berichten? Und natürlich befasst sich mein Buch mit zwei Reisen in die Ukraine, in den von der Regierung verantworteten Landesteilen und in den russisch besetzten Landesteilen. Und geht entlang der Reise, erzählt entlang der Reise, was da passiert ist. Aber es handelt sich auch um eine Analyse der geopolitischen Zusammenhänge und der ökonomischen Zusammenhänge. Und dazu muss man sich reindenken in die Geschichte. Und der erste Schritt ist dann immer, welche Quellen haben wir denn? Welche Quellen haben wir? Wen können wir fragen? Wo können wir was nachschlagen? Wo steht das? Was sagt die Wissenschaft? Was sagt die politische Wissenschaft? Was sagt die Soziologie dazu? Was können wir über das Land wissen? Welche Quellen haben wir in der Literatur? Welche Quellen haben wir vor Ort? Dann bringen wir eine Ordnung in die Quellen rein. Also wir überlegen, welchen Interessenbezug haben denn die Quellen? Da gibt es dann Quellen, von denen man sagen kann, die stehen eher der Seite der Verantwortlichen nahe. Ich nenne sie mal die Täter. Dann gibt es Quellen, die stehen eher auf der Seite der Leidtragenden, der Opfer. Das ist eine zweite Gruppe. Und dann gibt es eine Quelle, da würde ich sagen, die sind eher einzuordnen im weitesten Sinne als neutrale Beobachter, die keinen allzu intensiven Interessenbezug haben. Und dann würde ich jedem empfehlen, zunächst einmal mit den Leidtragenden, mit den Opfern zu beginnen. Und zwar mit den Opfern auf beiden Seiten. Und sich anzuhören, was die zu sagen haben. Und dann kann man die Fachleute, die Wissenschaftler, die neutralen fragen, stimmt das überhaupt, was mir da berichtet wird? Oder sind es Einzelfälle? Kann man das generell so sagen? Und dann würde ich vorschlagen, die Verantwortlichen damit zu konfrontieren. Und wenn man das hat, sollte man sich Gedanken darüber machen, ja, wie schützen wir denn unsere Quellen? Wie schützen wir die Quellen? Insbesondere in einem Kriegsgebiet, in dem das Kriegsrecht herrscht. Auf beiden Seiten. Und das bedeutet, dass man ohne Angaben von irgendwelchen Gründen verhaftet werden kann. Das heißt, die Quellen müssen geschützt werden, sodass sie keinen Besuch am nächsten Tag vom Geheimdienst bekommen. Und das habe ich natürlich versucht, auch einzuhalten. Und deswegen habe ich in meinem Buch auch Orte, Zielorte angegeben, aber nicht genau beschrieben, wie wir da hingekommen sind. Denn das lässt Rückschlüsse zu auf die Helfer, die wir vor Ort gehabt haben. Das waren mehr als einer oder zwei. Das ist ja klar. Und der nächste Punkt ist, wir bilden Hypothesen. Wir fragen mal, wie könnte es gewesen sein? Und Hypothesen bestehen aus einem Täter, einem Opfer, einer Ursache und einer Wirkung. Das ist der eigentliche Prozess des Nachdenkens und Überlegens. Welche Hypothesen können wir bilden über die Realität? Aber eine Hypothese ist eben nicht die Realität, sondern eine Aussage über die Realität. Das heißt, sie kann falsch sein. Wir dürfen also nicht, wenn unsere Hypothese irgendwo nicht passt, sagen, umso schlimmer für die Wirklichkeit. Sondern wir müssen sagen, okay, dann müssen wir vielleicht mal unsere Überlegungen etwas anpassen. Und wenn wir das haben, dann wäre es ja sinnvoll, wir lernen einmal, alles zu notieren, nach einem bestimmten System mit den Quellen umzugehen. Das heißt, wir legen Memos an von allen Gesprächen, die wir in diesem Sachverhalt führen. Wir machen uns Notizen. Das geht daran, ein bestimmtes Schema. Da müssen die Kontaktdaten des Ansprechpartners drin sein. Da muss ein Interessenbezug drin sein, seine genaue Funktion. Da müssen bestimmte Fragen beantwortet werden. Da geht es auch um Fragen des Quellenschutzes. Das kann man machen. Und wenn man das alles gemacht hat, die Hypothesen gebildet, die Memos geschrieben und die Interessen analysiert, dann legen wir uns einen Rechercheplan an, indem wir alles reinschreiben, was wir bisher wissen. Aber natürlich auch die offenen Fragen und die Quellen, die wir vor Ort haben, die wir angehen können. Die organisatorischen Fragen. Welche Ausrüstung brauchen wir? Welche Akkreditierungen? Wie können wir am besten unter Zuhilfenahme welcher Person den Behörden ein Schnippchen schlagen? All das spielt da eine Rolle und das muss notiert werden, sodass man eben nachher auch das alles sortiert hat, dass man auch weiß, welche Unterkünfte können wir zur Not beziehen. Haben wir in einem Konfliktgebiet einen einheimischen Fahrer, der sich ein bisschen auskennt, der ein eigenes Fahrzeug hat, sodass wir unabhängig sind von irgendwelchen Behörden? Weiß der trotzdem beispielsweise, wie die Minenlage in einem bestimmten Gebiet ist? Denn wenn Sie mal Minenopfer gesehen haben, dann wissen Sie, das muss man unbedingt vermeiden, in eine Minenzone reinzulaufen. Wo gibt es denn noch Beschuss? Wo müssen wir also aufpassen? Wo muss man eine besondere Ausrüstung haben? Wo müssen Kollegen nach vorne, nach hinten, nach unten auf dem Boden hin absichern? Wie bewegen wir uns denn da? Wer kann uns dabei helfen? All das sind wichtige Fragen, auch beziehen sich auch auf die Stimmung in der Bevölkerung. Also ich bin auch mal im Kosovo vor vielen Jahren in einen Lünchmob reingeraten. Da kamen dann Soldaten und haben mich wieder rausgehauen. Das ist auch eine interessante Geschichte. Also auch da kann sich sehr schnell was zusammenbrauen. Und wenn wir das haben, wenn wir das zusammengetragen haben, einen Rechercheplan, dann gehen wir nach diesem Plan vor. Und ein Teil des Rechercheplans ist ein Befragungsplan. Da überlegen wir, welche Fragen sind denn eigentlich noch offen? Welche Fragen müssen gestellt werden? Und an wen können wir diese Fragen stellen? Nicht jede Auskunftsperson kann zu allem Auskunft geben. Es gibt Unterschiede zwischen Augenzeugen, Fachleuten oder politisch Verantwortlichen. Danach müssen sich die Fragen entsprechend ausrichten. Danach bauen wir die Interviews auf. Danach schreiben wir uns Fragen auf, nach denen wir vorgehen im Interview. Wenn wir das alles haben und zusammengetragen haben, die Notizen vor Ort, die Quellen, die Dokumente, dann machen wir ein Rechercheprotokoll. Und bei einer Fahrt in ein Krisengebiet, da ist dieses Rechercheprotokoll am Ende mehrere hundert Seiten lang. Da stehen die Quellen drin, da stehen Tagebuchnotizen drin. Die müssen alle sortiert werden, ausgewertet werden. Das ist eben dieser Dokumentations- und Auswertungsprozess. Und dann kommt der nächste Schritt. Wie sortiere ich das so, dass mich jemand verstehen kann, der wenig weiß über dieses Themenfeld? Wie kann ich das erklären? Wie kann ich das logisch erklären? Macht es Sinn, das historisch aufzubauen? Macht es Sinn, das nach Sachverhalten aufzubauen? Macht es Sinn, das entlang einer Reise aufzubauen? Oder kombiniert man mehrere Perspektiven und Erzähler untereinander? Und das ist eine Frage der Dramaturgie, der Konstruktion, um Menschen etwas nahe zu bringen. Und natürlich wird das mit entsprechenden Quellen versehen. Und dann kommt der Lektoratsprozess. Also der Lektor, die Lektorin schaut sich das alles an und sagt dann, ja, hier hätte ich gerne noch einen Beleg. Und da ist die Formulierung blöd. Das habe ich nicht verstanden. Und da fehlt eine Quelle. Kannst du das mal nacharbeiten? Und da sind Längen drin. Da kann man drei Seiten rausnehmen. Und so geht es dann eben hin und her. Und dann kommt der Publikationsprozess, der auch eben ein Element der Recherche ist. Wie publiziere ich das? Und das ist ein Unterschied, ob ich ein Buch mache von 250, 350 Seiten. Das ist eine Zielmarge. Da muss man wissen, da werde ich ein Dreivierteljahr, manchmal zwei Jahre dran schreiben. Oder ob ich eine Artikelserie mache. Dann würde man eine Dramaturgie innerhalb der Artikelserie aufbauen. Also man würde eine Exposition machen, eine Overtüre im ersten Artikel. Man würde dann die Sachen anschaulich machen mit ein paar vielleicht biografischen Beispielen. Man würde dann einen vertiefenden Artikel dazutun in einer dritten Folge. Man würde vielleicht in einem vierten Beitrag Reaktionen auf die Berichterstattung zusammentragen. Und am Ende dieser ganzen Geschichte gehört es auch zum Rechercheprozess, die Reaktionen auszuwerten. Was sagen denn die Kollegen? Was sagt der Verlag? Finden die das gut? Finden die es weniger gut? Sehen die Lücken? Hätten die gerne was anderes gehabt? Kann man künftig was besser machen, wenn ihnen sagen, wir haben jetzt in diesem Buch über die Ukraine die Anmerkungen ins Internet gestellt. Aus einem ganz einfachen Grund. In den vergangenen drei, vier Jahren haben sich in Deutschland die Papierpreise verdoppelt. Und der Verlag hat mich vor die Alternative gestellt, ich kriege 250 Seiten, wie ich die fülle, ist egal. Und dann habe ich mir gesagt, ich schreibe die 250 Seiten voll und platziere die Anmerkungen im Internet. Aber der Link zu diesen Anmerkungen, den haben wir so unglücklich platziert, dass viele Menschen mich angeschrieben haben, gesagt haben, wo sind denn die verdammten Anmerkungen? Und jetzt wird in der E-Book-Version der Link neu platziert, sodass man es besser finden kann. Das ist ein klassischer Fall von der Kritik, da muss man drüber reden und muss eine Lösung suchen, also Fehler vermeiden. Und dann natürlich Zuschriften der Nutzer, der Leser. Ich habe mehr als tausend E-Mails und Briefe bekommen, in denen sich Menschen für meine Arbeit bedanken, mir Mut zusprechen, auch Menschen, die mir weitere Informationen geben, die in künftige Publikationen eingehen. Und ich habe gerade heute mit einer Frau telefoniert, die sehr viel weiß über die Ukraine, weil sie selbst die Ukraine bereist hat, sie hat Hilfsgüter in die Ukraine verbracht. Und wir werden zusammenarbeiten, kommen in einen Gedankenaustausch, um voneinander zu lernen. Das betrifft wiederum Quellen, das betrifft Erfahrungen, das betrifft die Frage, wie historische Situationen entstanden sind, denn das muss man verstehen, um zu lernen, was da herausführen kann, welche Entscheidungen gefällt werden müssen. Und so ergibt sich aus einer Publikation im Grunde genommen die Grundlage für die nächste Publikation. Und das ist der Rechercheprozess. Und dann rollt die ganze Apparatur von vorne wieder an. Und das kann man lernen. Das ist keine höhere Mathematik, das ist wie Autofahren. Beim ersten Mal verwechselt man natürlich, ist mir auch passiert, Gas und Bremse und donnert gegen den Pfosten. Und wenn man das übt, dann geht es so in Fleisch und Blut über und die einzelnen Werkzeuge liegen im Werkzeugkasten und man nimmt sich die Werkzeuge raus, die man braucht. Also man würde beispielsweise keinen Nagel in die Wand hauen mit einer Zange, man nimmt einen Hammer. Und so ist es beim Recherchieren auch. Man nimmt das passende Werkzeug. Vielen Dank. Absolut faszinierend. Da sind beim Zuhören ein paar Fragen entstanden. Die eine Frage ist, also was ich von Ihnen höre, es geht dann nicht nur darum, Fakten zu präsentieren, sondern die auch so zu präsentieren oder so zu verpacken, dass sie tatsächlich verstanden werden können. Also vielleicht auch gegebenenfalls, ich weiß nicht, was Ihre Sicht darauf ist, emotional zu berühren. Ja, ich denke, Emotion transportiert Information. Als Reporter bin ich sachlich kühl, aber ich schildere die Emotionen und Gefühle von Menschen, mit denen ich spreche. Ich frage auch danach, was in Ihnen vorgeht. Ich habe einmal im Kosovo 1999 einen Minenräumer der Armee gefragt, ja, was geht eigentlich in Ihnen vor, wenn Sie da an der Mine liegen und Sie müssen jetzt den Zünder entschärfen? Da guckt er mich an und sagt, nichts. Wenn etwas in mir vorgehen würde, wäre ich schon tot. Und das sagt viel aus über einen Menschen. Er muss nämlich seine Gefühle abspalten können. Sonst kann er diesen Job nicht machen, denn er braucht eine ganz ruhige Hand. Und das setzt voraus, dass er die eigenen Ängste ausblendet. Denn wenn die Mine explodiert, dann heißt das, der Minenräumer ist tot. Und deswegen ist die Arbeitszeit am Objekt drei Minuten und dann eine halbe Stunde Pause. Und das muss man lernen. Und deswegen muss man danach fragen. Und da geht es nicht darum, wie Sie gerade vielleicht merken, auf die Tränendrüse zu drücken, sondern es geht darum, zu verstehen, wie sich ein Mensch auf eine Situation einstellt und was diese Situation in ihm verändert. Und das ist auch ganz wichtig, es ist für mich auch eine wichtige Voraussetzung, in Krisen- und Kriegsgebiete zu gehen, dass ich meine Ängste ausblenden kann für eine gewisse Zeit. Sie kehren dann zurück, wenn die Anspannung abfällt. Aber ich muss sie im Moment der Gefahr ausblenden können. Und das ist eine schwierige Sache. Es hat mich mal ein Kollege gefragt, ja, was war denn die gefährlichste Situation, die du erlebt hast? Und ich habe geantwortet, das kann ich dir nicht sagen. Denn die gefährlichste Situation ist immer die, die man nicht kommen sieht. Wenn eine Patriot-Rakete fliegt, wie neulich beim Abschuss dieses russischen Flugzeugs, dann fliegt sie mit einer mehr als dreifachen Schallgeschwindigkeit. Das heißt, sie hören die nicht kommen. Und wenn es knallt, ist es zu spät. Das ist die gefährlichste Situation. Aber es bedeutet insgesamt natürlich, es ist wichtig, den Menschen zu schildern, was man erlebt hat. Zunächst braucht man einmal die Fakten und die Erlebnisse selbst und eine möglichst präzise Beobachtung. Man muss genau hinhören bei den Menschen. Was erzählen die? Wie kommen sie zu ihrer Position? Warum? Welche Erlebnisse stecken dahinter? Und dann versucht man das so zu schildern, dass es jemand nachvollziehen kann. Das hat nichts, nicht allein mit Einfühlen zu tun, sondern eher mit kritischem Betrachten. Ich erkenne die Gefühle dieser Menschen. Ja, ich finde das sehr spannend, aber ich mache mich nicht mit diesen Menschen gemein. Ich schaue da drauf. Das ist das, was Bertolt Brecht mit epischem Theater meinte. Wir schauen zu. Wir schaffen eine Situation und schauen ihr zu, um etwas daraus zu lernen. Und das ist der entscheidende Punkt. Da kann man viel lernen. Ich habe beispielsweise in Lugansk an einer Wahlstation unter freiem Himmel mit einer Frau gesprochen, die da gerade gewählt hat, die ihre Stimme abgegeben hat beim Referendum, wo also die Frage gestellt worden ist, wollen die Oblaste, die die russische Armee erobert hat, der russischen Föderation beitreten? Da wird hier ja immer gesagt, das sind Scheinreferenden. Das stimmt. Und stimmt eben zum Teil nicht. Es stimmt insoweit, als bei diesem Referendum zum Teil ohne Wahlkabinen gewählt worden ist. Und die Uhren waren durchsichtig. Da wurde einfach der Zettel reingeworft vor der Wahlkommission. Es stimmt nicht, weil nach acht Jahren Beschuss durch die ukrainische Armee wünschten sich diese Menschen nichts sehnlicher, als sich unter den Schutz der russischen Föderation zu begeben. Und deswegen ging das Referendum mit über 90 Prozent Zustimmung pro Beitritt aus. Und da habe ich mit der Frau geredet, wir haben auf Frussisch da gesprochen, und dann rief sie mir, als ich gegangen war, auf Deutsch hinterher, ich habe in Potsdam studiert, damit Sie es nur wissen. Und das ist eine Botschaft. Sie wollte damit sagen, wir waren mal Partner und Freunde, und heute sind wir verfeindet. Das habe ich auch so geschildert in meinem Buch, damit die Menschen das verstehen. Ist das, also das würde mich einfach persönlich ein Wunder nehmen, also was ich höre von Ihnen, es geht eigentlich darum, Ihre eigenen Emotionen zur Seite zu stellen und einfach wahrzunehmen, was dort passiert, und das bestmöglich zu transportieren, sodass wir, wenn wir dann Ihr Buch lesen, das nachvollziehen können und verstehen können, warum die Menschen so fühlen und denken, wie sie das tun dort vor Ort. Aber ich meine auch von dem, was ich über Sie weiß oder auch was Sie berichten, Sie gehen ja dorthin, wo die schrecklichsten Dinge tatsächlich passieren, und Sie sehen das. Was macht das mit Ihnen? Wie gut funktioniert das, so etwas zur Seite zu stellen? Ich denke, man braucht schon die Fähigkeit, die eigenen Ängste auszublenden, eine Zeit lang abzuspalten. Die Psychotherapeuten würden vielleicht sagen, der Patient ist dissoziativ. Und das glaube ich schon, dass ich mehr dissoziativ bin als beispielsweise narzisstisch, wie viele Kolleginnen und Kollegen. Und das macht Folgendes mit einem, Sie werden im Augenblick der Gefahr und der Krise innerlich völlig kalt. Sie empfinden nichts wie der Minenräume. Aber wenn Sie das Kriegsgebiet verlassen haben, dann kommen sozusagen die Albträume wieder hoch. Das ist die sogenannte posttraumatische Belastungsstörung. Und das kenne ich auch. Und ich kann natürlich viele dieser Ängste, die im Kriegsgebiet unterdrückt werden, verarbeiten, weil ich schreibe. Aber ich brauche das Medium des Schreibens, der Tagebuchnotizen, der Abfassung von Reportagen, Analysen, politischen Analysen, um meine Ängste zu strukturieren und sie dadurch steuerbar zu machen. So möchte ich das mal sagen. Das kann ich auch nur jedem empfehlen, der eine schriftliche Natur ist. Andere müssen das anders machen. Mit körperlicher Aktivität, betanzen, wie auch immer. Das kann ich nicht sagen. Aber das ist meine Art, damit umzugehen. Ich durchlebe es immer wieder und verarbeite es dadurch. Ich durchlebe es, indem ich ihm Struktur gebe. Wie war das nochmal in der Situation? Warum hat dein Gegenüber so reagiert? Hast du das gefragt? Hast du vergessen zu fragen, was könnte es denn gewesen sein? Wie schätzen deine Begleiter das ein? Und so kann ich sozusagen die Ängste rationalisieren. Das ist der Weg. Und ja, es geht schon darum, den Menschen das zu schildern, die eben nicht die Gelegenheit haben, in diese Ecken der Welt vorzudringen. Denn eines ist doch klar. Ein Mensch, der arbeitet hier in Deutschland, in der Schweiz, bei Ihnen in Mexiko, der hat nicht die Gelegenheit, in die Ukraine zu reisen, ins Kriegsgebiet zu reisen. Er muss sich auf das verlassen können, was die Zeitungen schreiben und was die Radio- und Fernsehreporter berichten. Und wenn Radio- und Fernsehreporter, wie das neulich einem ZDF-Kollegen geschehen ist, der nach Mariupol gefahren ist, sofort unter Druck kommen, unter den Druck der Propaganda, sodass sie gar nicht mehr arbeiten können, dann ist das ein Realitätsverlust der Presse und bedeutet der Primat der Propaganda, postfaktischer Journalismus, der mit der Realität nichts zu tun hat. Deswegen muss es Leute geben, die da reingehen und sagen, halt mal. meiner Beobachtung laufen die Dinge hier ein wenig anders. Ja, also bewundernswert. Und Sie haben vorher auch erwähnt, dass ein Teil des Rechercheprozesses ist die Konfrontation. Und Ihre Arbeit impliziert ja, dass es eigentlich immer mindestens eine Partei gibt, die kein großes Interesse an ihrer Arbeit hat, oder? Weil die Arbeit ja eigentlich daran liegt, diese Partei zu offenbaren oder zu entlösen zu einem gewissen Maße. Wie sieht dieser Teil der Konfrontation aus? Ist das, dass Sie das Gespräch suchen mit den Menschen an der Macht oder die Täter, die Sie, glaube ich, so bezeichnet hatten? Wie sieht dieser Teil der Arbeit aus? Zunächst einmal, ich rede mit allen Seiten. Ich rede mit allen Seiten. Es gibt ja inzwischen im Sinne der Kanzel-Culture, welche die Journalisten verbieten wollen, mit bestimmten Leuten zu reden. So soll der Debattenraum verengt werden. Ich glaube, jetzt das Interview Tucker Carlson mit Putin. Genau. Das ist ja nichts anderes als der Versuch, anderen den Mund zu verbieten und den Debattenraum zu beherrschen. Das ist eine Methode des Klassenkampfes von oben gegen die unten. Und meine Arbeit besteht darin, mit allen Seiten zu reden. Das ist eine ganz andere Frage, in welcher Reihenfolge. Ich habe ja vorhin gesagt, ich rede immer erst mit den Opfern und dann mit den möglichen Tätern. Natürlich rede ich auch mit Leuten aus dem Kreml. Ich rede ja auch mit der Bundesregierung. Ich habe ein Interview gemacht 2002 in Kabul mit dem damaligen afghanischen Verteidigungsminister Abdullah Abdullah. Das war einer von der Nordallianz, von dem man wusste, dass er selbst persönlich an Massenerschießungen teilgenommen hat. Hätte ich deswegen nicht mit ihm reden sollen. Das ist doch Unfug. Wir müssen herausfinden, wie diese Menschen denken, auch wie sie ihre Lügen und das Volkstreuen fabrizieren, was sie politisch wollen. Nur dann können wir erklären, was demnächst passieren könnte und wie Probleme entstanden sind. Sonst geht es nicht. Also ich rede mit allen, aber ich sage natürlich nicht allen alles. Und das ist das Kunststück in einem Kriegsgebiet. Denn man muss eines wissen, wir bewegen uns als Journalisten nicht in einem Vakuum, sondern immer in Macht gefüllten Räumen. Also egal, wo wir hingehen, auch in Deutschland, auch im Bundestag oder in Washington, da hat schon jemand die Macht. wir haben immer zu tun mit einer Ungleichverteilung von Macht und Leute wie ich sind immer in der David- gegen Goliath-Position. Nun hat der David ja auch eine Steinschleuder. Man muss nur treffen. Und das ist jetzt die entscheidende Frage, wie kann ich Behörden übertölpeln, ohne dass die mir was können. Und das ist nicht immer so leicht. Natürlich brauche ich beispielsweise in der russischen Föderation eine Akkreditierung. Da muss man ein Empfehlungsschreiben des Medien, ein Akkreditierungsschreiben haben, man muss den Presseausweis, den Reisepass hinschicken, man muss seinen Arbeitsauftrag erklären, genau die Orte, wo man hinfährt, die Reisen, die Themen und so weiter und so fort. Aber man muss hier nicht alles reinschreiben. Und dann wird das begutachtet und man kann das nach vier oder sechs Wochen beim Außenministerium in Moskau abholen. Aber ich schreibe denen ja dann nicht rein, dass ich auf der Ölbasis Primorsk im finnischen Meerbusen drehen will, sondern ich schreibe denen rein, dass wir einen Film machen über die Weisen Nächte. Und wenn wir dann keine Drehgenehmigung bekommen auf der Ölbasis Primorsk, dann überlege ich weiter, wie komme ich denn trotzdem hin. Und in diesem speziellen Falle haben wir uns von einer Reederei einladen lassen zur Begleitung eines Tankers. Und wir sind an Bord des Tankers in den Hafen reingefahren, in Primorsk und haben dann unsere Bilder gemacht. Also, man muss immer überlegen, wie kann ich sie austrägsen? Was kann ich denn machen? Und zwar so, dass keiner was sagen kann. Wir hatten eine Einladung, alles legal. Wir haben unser Ziel erreicht. Und ich habe dem Hafenkapitän eine Liste der Tanker unter die Nase gehalten, die zu unsicher waren, als dass er sie hätte betanken dürfen. Da hat er dumm geguckt. Das ist alles in dem Film drin. Kann man alles auf meiner Website absehen. Und deswegen ist es für mich also wirklich ein journalistischer Realitätsverlust und eine große Dummheit, ja geradezu eine Lüge, wenn jemand sagt, ich seinen Putin verstehe oder sowas. Diese Grünschnäbel müssen erstmal die Filme machen, die ich aus Russland mitgebracht habe. Das hätten sie auch vorher wissen können. Wenn sie mehr im Sinne gehabt hätten als Denunziation. Aber das ist ja auch das Billigste, was man machen kann. Ich hatte natürlich auch im Hotel in Sankt Petersburg Besuch vom russischen Inlandsgeheimdienst. Die hatten auch einen Grund. Denn wir wollten ein schwimmendes Öllager bestehend aus Einhüllentankern im Golf von Mexiko außerhalb der Zwölfmeilenzone drehen. Da wären wir normalerweise mit einem eigenen Boot nicht hingekommen. Denn wir mussten am Zoll in Kronstadt vorbei. Was haben wir gemacht? Wir haben herausgefunden, es gibt eine private Lotsengesellschaft neben der staatlichen Lotsengesellschaft. Aber alle Schiffe, die den Hafen von Sankt Petersburg anlaufen, mussten zuerst bei der staatlichen Lotsengesellschaft fragen, ob sie Kapazitäten haben. Das ist die sogenannte Andienungspflicht, die es damals 2004 gab. Die privaten Lotsen hätten viel mehr Geld verdienen können, hätte es diese Andienungspflicht nicht gegeben. Sie hatten also ein Motiv. Und deswegen haben wir gefragt, ob wir für einen Tag das gesamte Lotsenboot schattern können. Und das haben wir gemacht. Und dann sind wir auf dem Lotsenboot am Zoll vorbeigefahren und haben den Zöllnern gewunken und haben dem finnischen Meerbusen die Einhüllentanker gedreht. Ist alles im Film drin. Kann man alles nachprüfen. Das ist kein Jäger da drin. Und am nächsten Tag waren dann zwei Herren morgens im Hotel. Gut, das Boot hatte sechs Mann Besatzung. Nochmal drei Kamerateam. Es hat sicher jemand beobachtet, dass wir da reingefahren sind. Der Zoll hat sich ja gesehen. Da sind Journalisten an Bord. Herzlich Willkommen in der Russischen Föderation. Wie wir sehen, haben Sie ja auch eine ordnungsgemäße Akkreditierung und die haben sich auch als Mitarbeiter des FSB vorgestellt. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Tätigkeit hier in St. Petersburg. Aber bitte machen Sie das so, dass Ihren russischen Kollegen keine Nachteile erwachsen. Und dann war mir klar, bevor die anderen beiden dann auch noch einen Hausbesuch bekommen, hören wir jetzt besser mal auf. Aber wir hatten alles. Und das ist natürlich ein typisches Beispiel gewesen, wie man auch in einem sehr autoritären System Russland versuchen kann, den Behörden ein Schnäppchen zu schlagen. Natürlich immer einem Bein im Knast. Das ist klar. Also es ist ein feiner Balanceakt. Ein System mit den eigenen Regeln zu schlagen, aber es nicht zu übertreiben. Natürlich war noch mein russischer damals Kollege, heute Freund eingebunden. Und natürlich strecken wir dann ein paar Tage vorher die Köpfe zusammen und sagen, trauen wir uns das zu? Können wir das machen? Oder ist das zu heiß? Und dann wird entschieden. Und so ist es immer. Und jetzt, wir haben uns das Beispiel gegeben, aber Ihre Arbeit ist ja mittlerweile bekannt. Sie sind ja kein Unbekannter mehr. Auch zum Beispiel dieses Gespräch wird nachher öffentlich sein. Inwiefern ändern sich die Spielregeln im digitalen Zeitalter, wenn vielleicht viel mehr Informationen leichter zugänglich sind, auch für die Machteliten? Hat das Auswirkungen auf Ihre Arbeit? Ja, das Maß an Denunziation kritischer Journalisten wird stärker. Und zwar das Maß der Denunziation durch Propaganda gelenkte Journalisten. Und das ist leider heute die Mehrheit. Also wir haben es tatsächlich in weiten Teilen der Presse mit einem postfaktischen Journalismus zu tun, aus meiner Perspektive. Und der Druck dieser Leute wird größer. ansonsten nimmt die Reiz- und Informationsüberflutung in Redaktionen zu und in Kombination mit Stellenkürzungen führt das dazu, dass fast nur noch Sitz- und Online-Journalismus gemacht wird. Und das ist ein Fehler. Denn im Internet findet man nur, was andere nach ihren Interessen hochgeladen haben. Das Internet ist ein Filter, der aussieht wie ein Fenster. Und das ist ganz wichtig. Man muss am Computer vorbei auf die Wirklichkeit schrungen. Man muss rausgehen. Das ist das, was ich tue. Natürlich lese ich auch Sachen im Internet und kommuniziere ich im Internet. Ich muss mich mit Menschen unterhalten in Kent, in England oder in Australien. Fachleute, mit denen ich im Austausch bin. Aber es geht nichts über die Beobachtung vor Ort. Und daher halte ich daran fest und sie wird immer schwieriger. Hast du satt in einem Korsett von Regeln und Abhängigkeiten paralysiert zu sein vor Zweifeln oder Sinnlosigkeit? Kein Ausweg zu sehen? In deinem Job abgestummt vor dich hinzudümpeln oder abzurackern? Zu glauben, dass mit dir was falsch ist? Oder einfach in der Konformitätssuppe mitzustimmen? Sprich dein Leben mit Abwarten zu verplempern. Wenn das so ist, bist du genau richtig. Beim Kurs Die Kunst des Erschaffens geht es genau darum, aus deiner Trance aufzuwachen und dir ohne Zweifel zu offenbaren, welch unglaublich kreativer Geist in dir steckt, dich mit deiner einzigartigen Intuition wieder zu verbinden und dir kraftvolle kreative Werkzeuge zu geben, die dich ermächtigen, dein Leben unabhängig von den Umständen so zu gestalten, wie du es liebst. Große Worte ja, aber nicht annähernd umschreibend, was wirklich in dir steckt und möglich ist, melde dich jetzt hier an und lass dich kreativ aus deinen Socken hauen und wach überrascht zu dir auf. Ja, und hierzu eine Frage. Sie haben jetzt unglaublich viel Erfahrung über Jahrzehnte in der Recherche in Bezug auf Machteliten und Sie haben vorhin gesagt, der subtile Sadismus der Macht zu entblösen und wenn Sie jetzt schreiben über Denunziantentum, wo ordnen Sie diese Menschen ein, die zum Beispiel Journalismus in Art und Weise interpretieren oder tun, die Mittel zum Macht Erhalt ist, sind diese Menschen sich dessen bewusst, sind diese Menschen unbewusst einfach ein Mittel der Macht Elite und um die Frage abzuschließen, die vielleicht ein bisschen offen ist, aber ich bin gespannt, was Sie daraus machen. Gibt es das Böse? Was ist das Böse? Nein, also die Aufteilung der Welt in Gut und Böse funktioniert nicht. Das ist identitäres Denken, das davon ausgeht, wir sind die Guten und die anderen sind die Bösen und damit scheitert man an der Realität, weil diese saubere Trennung nicht funktioniert. In einem Kriegsgebiet müssen Sie davon ausgehen, dass beide Seiten und damit alle, mit denen sie reden, Blut an den Händen haben. Und sie können nur berichten, wenn sie sich mit diesen Leuten einlassen. 1973 hat Peter Scholler Thur sich gefangen nehmen lassen vom Wirtkong und hat mehrere Tage beim Wirtkong gelebt. Natürlich muss er davon ausgehen, dass es Kämpfer sind. Da wäre niemand auf die Idee gekommen, ihm zu sagen, er macht kommunistische Propaganda. Die amerikanische Kriegsreporterin Martha Gellhorn war 1944 an der Westfront dabei. Eingebettet in die US-Armee im Range eines Hauptmanns. Niemand hätte ihr unterstellt, dass sie amerikanische Propaganda macht. Aber natürlich hatte sie mit Leuten zu tun, die scharf geschossen haben. Sie hatte mit Kriegern zu tun, mit Kämpfern, mit Soldaten. Natürlich haben die auch Blut an den Händen gehabt. Das ist doch klar. Egal für welche Seite man kämpft. Deswegen gegen die Aufteilung von gut und Böse nicht. Da muss man ganz vorsichtig sein. Der Mensch ist nicht nur gut, er ist nicht nur böse, er hat die Möglichkeit zu beiden. In der Redaktion, das was ich erlebe, da ist es eben häufig so, dass sich die meisten Journalisten vor den Machteliten ausrichten wie Metallspäne vor einem Magneten. Und woher kommt das? Schauen wir einmal auf die Arbeitsverhältnisse. Ich war 15 Jahre freier Mitarbeiter in Was macht denn ein freier Mitarbeiter, dem ein Thema abgelehnt wird von seinem Chefredakteur? Er sucht sich ein anderes. Was macht er, wenn ihm dieses Thema wieder abgelehnt wird? Das passt heute nicht rein, da muss noch ein bisschen nach recherchiert werden. Er wird sich wieder ein anderes Thema suchen. Dann kommt er wieder und es wird ihm wieder abgelehnt. Nein, das war, was der Chefredakteur für Themen in der Sendung oder im Blatt haben möchte. Denn wenn er es nicht begreift, kann er kein Geld verdienen und am Monatsende muss er die Miete überweisen. Also übernimmt er die Denkweise seiner Vorgesetzten, um seinen Vorgesetzten ein Angebot machen zu können, dass die auch akzeptieren, damit er Geld verdienen kann. Denn er wird nach Sendeminuten oder nach Zeilen Gehirnimplantat. Am Ende denkt er wie der Chef. Und genau das ist vorauseilender Gehorsam. Vorauseilender Gehorsam ist nicht, sich zu sagen, na gut, der Alte will halt was anderes, also mache ich es ihm heute mal so. Sondern am Ende hat man die selben Kriterien der Auswahl und der Betrachtung. Denn sonst müsste man leben in einem permanenten Zustand kognitiver Dissonanz. Also die innere Zerrissenheit kostet ja Kraft. Also übernimmt man, um sich das Leben zu erleichtern, die Denkweise der Vorgesetzten und dann wird einem in der Redaktion auch nichts mehr passiert. Und dann müssen sie sehen, welche Leute da in der Redaktion tätig sind. Und das sind ja ihrer Kindheit soziale Not, Armut, Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot nie erlebt haben. Es ist einfach nicht Teil der Biografie. Und diese Menschen werden in ihren redaktionellen Auswahlentscheidungen die sozialen Themen in den Hintergrund drängen, weil es für sie einfach nicht so wichtig ist. Und ich sage Ihnen noch was. Das sind auch Menschen, die manchmal die Hoffnung haben dürfen, die begründete Hoffnung haben dürfen, dass sie den Aktienfonds der Eltern einmal erben werden. Und was machen Aktien im Krieg? Rosa Luxemburg hat einmal geschrieben, die Dividenden steigen, die Proletarier fallen. Und gemeint ist, diese Leute in den Redaktionen haben häufig ein wirtschaftliches Interesse daran, dass der Krieg weitergeht. Ein persönliches wirtschaftliches Interesse. Das sagen sie aber nicht, sondern sie sagen, wir müssen den armen Ukrainern gegen den bösen Putin helfen. Und dann kommt noch etwas obendrauf. Wer journalistisch arbeitet, wer gerne schreibt, gerne Filme macht, wissen sie, das ist ja ein sehr narzisstischer Beruf. Wie der Beruf des Malers, des Schriftstellers, des Bildhauers natürlich auch. Oder des Architekten. Das sind sehr narzisstische Berufe. Und wie ist denn der Narzissmus charakterisiert nach Sigmund Freud? 1908 in seiner Narzissmus-Schrift schreibt Sigmund Freud, der Narzissmus zeichnet sich aus durch erstens Größenwahn und zweitens Realitätsverlust. Und wenn man also sozusagen nach Höherem strebt, man maßt sich an, anderen Menschen etwas zu erklären, etwas schriftlich da zu tun, ihnen die Fakten, die Wahrheit zu verkünden, dann maßt man sich ja eine übergeordnete Rolle eigentlich an. Und wer befriedigt denn dieses narzisstische Streben? Das ist natürlich immer der Chef, weil er über Beförderungen, Anstellungen, Lob und Tadel entscheidet. Der Narzisst ist besonders anfällig für Lob und Tadel der Vorgesetzten. Und so erscheint im narzisstischen Charakter sehr schnell der autoritäre Charakter, der sich nach oben orientiert. Und wer sich nach oben orientiert, der orientiert sich an der Meinung der Vorgesetzten und am redaktionellen Klima. Aber das ist nicht die Wirklichkeit. Und hier haben wir den Realitätsverlust. Im Raumschiff der Redaktion geht die Realität verloren, wenn sie nicht immer wieder sich der Realitätsprobe aussetzt. Und das ist genau der Punkt. Man orientiert sich am internen Meinungsklima und aber nicht an dem, was vor Ort geschieht. Und da haben wir es doch. Und da haben wir die Punkte, die eben den heutigen Journalismus bestimmen. Und was da noch oben drauf kommt, das ist die Digitalisierung. All das erleben wir in einer Zeit, in der sich der neoliberale Kapitalismus fortentwickelt zum digitalen Kapitalismus. Und da ändert sich was. Auf der Produzentenseite, also in der Herstellung von Information, aber auch auf der Konsumentenseite, bei den Nutzerinnen und Nutzern. Und ich will versuchen, das zu erklären. Einmal führt die Digitalisierung dazu, dass der Stellenkegel abgeschmolzen wird im Bereich Personal, wird rationalisiert. Es geht ja alles viel besser, digital. Und die künstliche Intelligenz legt uns fertige Schlagzeilen vor. Aber das ist immer mehr vom selben, vom gleichen. Und wir orientieren uns noch stärker am Computer und haben noch weniger Zeit für Recherche. Und so wird Recherche ersetzt durch Subjektivieren, Dramatisieren, denunzieren. Wenn ich die Kritik ad Personam richte und jemanden an einen Pranger stelle, dann ist das etwas ganz anderes, als die Hintergründe und das Entstehen eines Krieges zu recherchieren. Das macht natürlich richtig Arbeit, im Wege der Recherche hier was rauszufinden. Also wird das Rechercheprinzip heute, das Prinzip der Informationsdarbietung ist die Skandalisierung. Und damit die Herausbildung, die Schaffung von Ressentiments, die Weckung von Ressentiments mit dem Ziel, die Klickzahlen nach oben zu treiben, die Nutzerzahlen zu erhöhen, um gleichzeitig dadurch auch die Werbeerlöse aufwachsen zu lassen. Und hier geht es um die Kapitalisierung und Monetarisierung von Ressentiments. Und wie sieht das auf der Nutzerseite aus? Nachrichten werden heute ja nicht im Sessel gelesen, sondern beispielsweise auf dem Smartphone in der U-Bahn. Alles wackelt, alles schiebt sich, die Nutzerzeit verkürzt sich, die Außenimpulse sind da, die Aufmerksamkeitsspanne reduziert sich. Nachrichten werden gelesen nach dem Prinzip bedingter Reflexe. Man nimmt nur noch die Überschriften wahr, die skandalisierende Überschrift. und den Hintergrund gar nicht mehr. Und hier trifft das Nutzerverhalten eben auch auf die Art und Weise, wie sich die Produktion von Information verändert. Also der Nutzer fragt auch dieses Oberflächliche nach. Und jetzt passiert folgendes. In allen vom Neoliberalismus umgepflügten Gesellschaften herrscht eine ungeheure Wut. Eine Wut, die dadurch zustande gekommen ist, dass die Menschen nur Sparmaßnahmen erleben, Privatisierungen, Stellenkürzungen am laufenden Meter, Steuersenkungen für die Reichen. Und insgesamt ist der Neoliberalismus ja dadurch gekennzeichnet, dass Lebensrisiken von der Ebene des Sozialstaats auf die Ebene des Individuums zurückverlagert werden. Der Einzelne ist selbst für Wohl und Wehe verantwortlich. Und in solchen Gesellschaften herrscht eine ungeheure Wut, weil die Menschen nur noch am Rennen sind. Sie müssen nur noch keulen, damit sie ihr Geld zusammenkriegen. Das wissen die Machteliten auch. Denn sie sind ja für diese Entscheidungen verantwortlich gewesen. Und sie wissen auch, dass sie diese Wut kanalisieren müssen. Und zwar von ihnen weg auf Surrogatobjekte. Es muss eine Aggressionsverschiebung geschehen. Entweder auf Flüchtlinge, auf Ausländer oder auf die Bösdosen. Und dann hat man den idealen Zielpunkt der Aggression, die Aggressionsverschiebung auf die Bösen Russen. Und das funktioniert. Und das wird von Journalisten angeheizt, die skandalisieren und Ressentiments monetarisieren. Und es wird gerne aufgenommen von Nutzern, die eine Triebabfuhr wollen, beim Nachrichtenlesen. Triebabfuhr, Wutabfuhr auf die Bösen Russen. Wir haben es also hier zu tun mit einem blockierten Konflikt. Denn das Angebot und die Nachfrageseite sind konkurrent. Aber so kommen wir nicht weiter. Denn das ist der Weg in neue Kriege. Das ist wie ein geschlossenes System, das sich immer weiter hoch schaukelt. Genau. Eine Echokammer. Eine Echokammer. Und als Resultat eigentlich dieses imaginare Böse dann entsteht. Und Sie haben vorher gesagt, in der Realität haben alle Dreck am Stecken zum Gewissen. Ja, und so entsteht ein Feindbild, das der Realität nicht entspricht. Die Russen sind böse. Oder wie Florence Gaub das mal bei Markus Lanz in der Talkshow gesagt hat, die Russen seien ja eigentlich gar keine Europäer, weil sie ein ganz anderes Verhältnis zur Gewalt haben. Das ist natürlich alles Quatsch. Also ganz Europa ist durch Kriege entstanden, wie es heute ist, insbesondere durch Kriege, die von Deutschland ausgegangen sind. Und die Russen sind vor allem das Land, das immer überfallen worden ist, unter anderem auch von Deutschland mehrfach. Das muss man einfach wissen. Diese Teilung in Gut und Böse ist ein Effekt des identitären Denkens. Das identitäre Denken referenziert zunächst einmal auf soziale Gruppen und nicht auf argumentative Wahrheitsfindung. Also es geht nicht mehr darum, intersubjektiv überprüfbare rationale Argumente ins Feld zu führen, sondern zunächst einmal festzustellen, zu welcher sozialen Gruppe gehörst du? Und ist das wirklich eine Gruppe der Guten, die möglicherweise benachteiligt ist, die wir fördern müssen, oder die ihre Wertmaßstäbe, ihre Geltungsansprüche mit Fug und Recht anderen aufzwingen darf? Und wenn man dann mal definiert hat, wer der Gute ist und wer der Schlechte, dann kann man dem Bösen ja alles tun, dann kann man ihn vor allem mit Kriegen überziehen und das ist ein sehr reduziertes Denken, das direkt gegen die Argumentationstechniken der Aufklärung gerichtet ist. Wir leben also heute in einer Zeit der Gegenaufklärung und weil das identitäre Denken ein sehr dummes Denken ist, Aufteilung Guten, Böse ist sehr flach, ist dies auch ein Zeitalter der Idiotie und es ist ein gefährliches Denken. Ich zitiere den Historiker Götz Ali, der einfach mal sagte, die Grünen und die Nationalsozialisten haben eins gemein, auch der Nationalsozialismus war eine identitäre Bewegung und es stimmt und es zeigt, wo dieses identitäre Denken enden kann und meines Erachtens auch enden wird. Ist dann identitäres Denken gleichzusetzen mit Ideologie? Nicht immer, aber die Schnittmenge ist groß, das identitäre Denken ist häufig die Grundlage einer Ideologie, weil wenn man sagt, wir sind die Guten, die anderen sind die Schlechten, dann bedeutet das unterschwellig auch, wir sind die Besseren und das führt zur Unterschätzung des Gegners. Ich beziehe mich hier auf die amerikanische Historikerin Barbara Tuckman, die ein Buch geschrieben hat, die Torheit der Regierenden von Troja bis Vietnam und sie bezeichnet es als die größte politische Dummheit, den Gegner zu unterschätzen und genau das ist im Werte-Westen in der Ukraine passiert. Und Sie haben vorher den neoliberalen Kapitalismus, der sich zum digitalen Kapitalismus wandelt, angesprochen, ist das die grundsätzliche Ideologie, in der sich unsere Gesellschaft befindet? Nein, das ist zunächst einmal keine Ideologie, der Neoliberalismus ist auch eine Ideologie, sondern das ist zunächst einmal ein Produktionsverhältnis. Das Produktionsverhältnis des Neoliberalismus besagt, die Löhne reduzieren, nach unten drücken, das Kapital von Regeln zu entfesseln und auf den sogenannten Trickle-Down-Effekt setzen. Das bedeutet, wenn oben die so viel haben, dass es ihnen aus den Taschen rausläuft, dann sickert auch was durch für unten die. Das ist die Logik. Und der digitale Kapitalismus, das ist eben ein privatwirtschaftliches profitorientiertes Verwertungsmodell auf digitaler Basis. und das zentrale Kennzeichen ist, dass im Neoliberalismus, der zentrale Unterschied ist, im Neoliberalismus wird auf Märkten gehandelt, der Zugang zu den Märkten ist offen, wenn man sich da durchsetzen kann, aber die zentralen Akteure im digitalen Kapitalismus sind der Markt. Amazon ist eine Marktplattform, Facebook ist ein Datenmarkt. All das sind YouTube, ist ein Informationsmarkt und diese Märkte sind in privater Hand und können privatrechtlich den Zugang zu diesen Märkten offenhalten oder sperren. Ich will sagen, die allgemeinen Geschäftsbedingungen der jeweiligen Unternehmen sind wichtiger als Artikel 5 Grundgesetz Meinungs- und Informationsfreiheit und das ist ein erheblicher Unterschied. Und um das nochmal besser zu verstehen, welche Rolle spielt Ideologie oder was ist die Ideologie? Sie haben es jetzt gerade abgegrenzt zum Kapitalismus in dem Sinne keine Ideologie ist, aber in welcher Rolle spielt Ideologie und was ist die Ideologie, die vielleicht diesen Kapitalismus am Leben hält. Zunächst einmal gibt es Ideologie in jeder Gesellschaftsform, das muss man ja sagen. Und wenn wir den jungen Marx einmal als Referenzpunkt nehmen, er schreibt in der deutschen Ideologie, Ideologie ist falsches Bewusstsein und er meint damit, das falsche Bewusstsein, das gesellschaftlich durch die Mächtigen hergestellt wird, um sich selbst zu legitimieren und die Menschen an der Wahrnehmung und Ausübung ihrer Rechte zu hindern. Und wenn wir jetzt die Überlegungen von Louis Althusser zur Ideologie heranführen, Althusser schreibt, Ideologie wird transportiert durch ideologische Apparate. Er unterteilt den Staat in repressive Staatsapparate, Polizei, Militär, Justiz und ideologische Staatsapparate, Kirchen, Schulen, Universitäten, Medien, Nichtregierungsorganisationen. Warum? Nach seiner Auffassung ist der Staat nicht neutral, sondern die Aufgabe des Staates ist es, nach Louis Althusser, aber auch in der marxistischen Staatslehre, das kapitalistische Produktionsverhältnis abzusichern und stabil zu halten, dafür zu sorgen, dass die Verwertungsmaschinerie weiter rollt. Und wenn die Menschen unzufrieden sind, kann man das mit nackter Gewalt tun, wie das beim Putsch in Chile beim Sturz von Allende 1973 geschehen ist, am 11. 9. Aber besser ist es, mit der Gewinnung von Legitimation zu tun. Also die Schulen bilden uns dafür aus, dass wir im marktwirtschaftlichen System funktionieren. Die Universitäten bilden dafür aus, dass sie den Mächtigen die legitimatorischen Ideen bereitstellen, die sie brauchen, um ihre Herrschaft zu rechtfertigen. Die Kirchen segnen die Kanonen und rufen zur Waffenlieferung für die Ukraine auf oder sperren Dissidenten die Räume. Und die Medien machen, im Grunde sind heruntergekommen zu Propagandamedien für die Kriegstreiber. So kann man das sehen. Und um die Schulen da gar nicht auszunehmen, ich habe das ja erwähnt, ich habe einen Freund, der einen Sohn hat, der nun gerade Abitur gemacht hat. Und da er sich für Geschichte interessiert, hatte er Leistungsfachgeschichte im Abitur, mündliche Prüfung, sucht er sich das Thema aus, die Stalin-Note von 1952. Stalin hat damals den Westalliierten angeboten, dass Deutschland wieder vereinigt werden könne mit einem neutralen Status. Die Westmächte haben dies abgelehnt. Und da entstand ein diplomatischer Notenwechsel. Unabhängig, wie man den bewerten möchte, kann man darüber diskutieren, das ist ein historisch interessanter Fall. Aber der Lehrer sagt zum Prüfungskandidaten, aber russische Literatur darfst du nicht verwenden. Und damit ist die Hälfte der Wissenschaft schon weg. Und man hat sich schon festgelegt auf das sogenannte westliche Narrativ. Und das geht an den Universitäten weiter, in denen historisch kritisches Denken ja offensichtlich nicht mehr verrichtet wird, sondern vor allem identitäres Denken. Also an der Universität Kiel sah ich sehr viele Aushänge mit Gender Studies und so ein Kram. Ja, das ist typisch identitäres Denken, wir referenzieren auf die Geltungsansprüche bestimmter angeblich benachteiligter Gruppen. Das kann man so machen. Und dieses identitäre Denken ist in meinen Augen ein antidemokratisches Denken. Und zwar deswegen, weil es immer darum geht, die Geltungsansprüche einer bestimmten Gruppe durchzusetzen, die aber gar nicht die besseren Argumente ins Feld führen muss, sondern allein die Existenz ihrer Gruppe genügt schon. Und dieses antidemokratische Denken wird ja nicht orchestriert in Kreisen geistig Minderbemittelter, sondern in akademischen Kreisen. Und da geht es aus. Und das bellizistische Denken geht auch aus von akademischen Kreisen, insbesondere auch an der Universität Kiel, die im Grunde eine NATO-Universität ist. Und das kann man ganz leicht nachweisen an diesem Beispiel. 1914 rief die Universität Kiel auf zur Kriegsbegeisterung am Anfang des Ersten Weltkrieges. 1920 beim antidemokratischen Kapprutsch in Deutschland bildeten sich aus dieser Universität antidemokratische Freikorps, die sich in Kiel in der Innenstadt Feuergefechte geliefert haben mit den Verteidigern der Demokratie. 1933 bezeichnete sich die Universität Kiel selbst als nationalsozialistische Sturm Universität. Und in den 80er-Jahren, 70er-80er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts hatte die Universität Kiel intensive Kontakte zu Geheimdiensten, Bundesnachrichtendienst und CIA. Und heute sind wichtige Vertreter der Universität Kiel wieder zu den wichtigsten Kriegstreibern an der Seite der NATO zu zählen. Vielleicht könnte man mal diskutieren über das Friedensgebot des deutschen Grundgesetzes oder über Wege, wie wir hier zu einer friedlichen Lösung kommen, im Sinne der Menschen in der Ukraine. In der Ukraine haben mal 52 Millionen Menschen gelebt. Heute leben dort noch 30 Millionen. Das ist nicht nur der Blutzoll des Krieges, aber eben auch der Blutzoll des Krieges und fast 10 Millionen Flüchtlinge. Und wie soll das weitergehen? Mit weiteren Kriegen? Was soll das denn? Was muten wir diesen Menschen zu? Und charakteristisch ist ja, dass die schlimmsten Kriegstreiber ja nicht diejenigen an der Front sind, sondern diejenigen, die auf dem Sofa sitzen oder in irgendwelchen Studierstuben und die sich ausrechnen können, dass sie selbst und ihre missratenen gehören, nie an der Front landen. Für den Krieg sind immer die, die nicht hin müssen. Sie haben vorher noch eine Parallele angesprochen zwischen korrigieren Sie mich, ob ich das richtig zusammenfasse, aber zwischen identitärem Denken im Nationalsozialismus und identitärem Denken heute in der grünen Politik und dass das auf das Gleiche hinaus laufen wird. Was meinen Sie damit genau? Und korrigieren Sie mich, ob ich das wirklich richtig zusammengefasst habe? Nein, das läuft nicht auf das Gleiche hinaus, sondern die Struktur des Denkens ist vergleichbar. Wir sind die Guten. Wir referenzieren auf eine bestimmte soziale Gruppe, die mit einem Wir identifiziert wird. Wir sind die Guten, die für Umweltschutz sorgen, die Einzigen, die sich wirklich Sorgen machen um die Klimaveränderung. Also totalitäres Denken. Genau, und im Dritten Reich artikulierte sich das totalitäre Denken natürlich anders, wenn man sagte, wir Deutschen sind als Herrenrasse anderen Menschen in anderen Ländern überlegen. Uns fällt eine naturgegebene Führungsrolle zu und weil die anderen das nicht begreifen, müssen wir es ihnen mit der Waffe in der Hand beibringen. Lesen Sie mal Hitlers Mein Kampf auf Seite 750 hat er Formulierungen über Russland und die Russen, die genau dies abbilden, was ich eben gesagt habe. Und das ist die Ähnlichkeit, sie besteht in der Struktur. Damit ist nicht gesagt, dass die grünen Nazis sind oder die Nazis grünen. Das wollte ich damit nicht sagen. Aber was ich verstehe, wenn sich nichts ändert, diese Echokammer, das schaukelt sich in immer totalitärere Dimensionen. Naja, wir haben ja jetzt die Situation, dass Frau Baerbock sagt, die deutsche Außenministerin, diese Sanktionen werden Russland ruinieren. Man sagt, wir sind auf der Seite des Wertewestens, wir können diesem asiatischen Volk das beibringen, das lassen wir uns nicht bieten mit diesem Krieg. Da wird die Vorgeschichte des Krieges ausgeblendet, da wird die reale wirtschaftliche Situation ausgeblendet, da wird vor allem auch ausgeblendet, wie viele völkerrechtswidrigen Angriffskriege die Amerikaner geführt haben. Das gehört ja auch in ein Gesamtbild mit hinein. Ich weiß noch sehr gut, als die NATO 1999 Serbien angegriffen hat. Ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg und die Bomben auf Belgrad fielen. Da ging der Bundestagsabgeordnete Gregor Gysi ans Mikrofon und sagte, dieses Beispiel wird Schule machen. Und es hat Schule gemacht. Und wenn sie die Reden von Putin verfolgt haben, beim Angriff, beim völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine, hat er unter anderem auch gesagt, wir müssen die russischstämmigen Menschen im Donbass schützen und hat als Referenzpunkt das Kosovo genannt. Weil sie der Westen in Serbien eingegriffen hat und für sich selbst in Anspruch genommen hat, wir wollen die jenigen im Kosovo vor serbischen Übergriffen schützen. Und der internationale Gerichtshof hat auch gesagt, die Abspaltung des Kosovo sei völkerrechtskonform, auch wenn dies serbischen Gesetzen widerstrebt. Und darauf hat sich Putin bezogen und hat gesagt, die Abspaltung des Donbass und der Krim sind völkerrechtskonform. Wir haben nach internationalem Recht im Kosovo bereits ein Beispiel gesehen. Und so machen die Dinge Schule. Und wenn man eben völkerrechtswidrige Angriffskriege vermeiden will, dann wäre es doch Sprüchen von Frau Baerbock zurück. Sie verbrät Ideologie, um die Menschen in Deutschland bei der Stange zu halten und offensichtlich um die Menschen in Deutschland immer tiefer in diesen Krieg in der Ukraine hineinzuziehen. Und dann werden wir hier in Deutschland erleben, dass uns unsere eigenen Kinder aus Leichensäcken entgegenstarren. So wird es kommen. Jetzt haben wir eine Stunde. Ich glaube auch. Ja, Herr Baerbock, ich bedanke mich ganz herzlich. Das war ein unglaublich interessanter und augenöffneter Einblick in Ihre Arbeit oder auch die Grundsätze von Berichterstattung und Wahrheitsfindung. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um das hier mit uns zu teilen. Wir werden Ihre Bücher verlinken und auch Ihre Internetseite, dass jeder, der hier dabei ist, da direkt bei Ihnen mehr erfahren kann oder sich die Bücher zu Gemüte führen. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle alles Gute weiterhin und vielen Dank für diese unermüdliche Arbeit für richtige Berichterstattung und Perspektiven aufzeigen. Ganz herzlichen Dank, Herr Baerbock. Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Ich danke auch sehr herzlich, freue mich auf das Ergebnis und sehr gerne einmal wieder.